Ja, also jeder Mensch in unserem Staat ist wieder ein souveräner Mensch. Das heißt, er ist ein Staat in unserem Staat. Also er steht dem Staat quasi gegenüber, wie es ihm richtig ist. Und er akzeptiert aber die Regeln von unserem Staat. Freiwillig. Weil zwingen kann man niemanden, aber freiwillig. Und er wird sie auch akzeptieren, weil er ein Leben jetzt hat, das ihm sehr viele Freiheiten löst. Wir haben ja diese Völkerrechtssubjekte nur gegründet, damit wir einen Übergang finden vom Handelsrecht in das Völkerrecht, damit eben wirklich der völkerrechtliche Schutz da ist. Weil jetzt ist ja nur mehr das Recht der Banken, Wirtschaft und Konzerne. Und somit sind wir wirklich im Völkerrecht. Und wir haben diese Staaten nicht gegründet, damit wir wieder Machtstrukturen aufbauen und dass wir die Menschen wieder versklaven. Sondern wir wollen, dass die Menschen alle frei leben dürfen. Mit sinnvollen Regeln. Muss man schon dazu sagen, weil es gibt zum Beispiel die Straßenverkehrsordnung, die ja wirklich auch einen Sinn hat. Weil ich kann nicht auf der Autobahn auf der verkehrten Seite fahren, da würde ich nicht weit kommen. Es hat schon Sinn. Manche Sachen haben Sinn. Sph!! 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 Sph!!